Das Fahrrad verhindert und erkrackt. Ich kann den Baum leider nicht segnen. Aber ich denke mal, wir kriegen den in die Hülse rein. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich wollte mich bedanken, weil Jürgen Jopz, ich weiß nicht, dass Damen vom Bürgerverein und die alle vorher mitgemacht haben, aufgebaut haben. An Susan Römer, die da hinten am Strand steht. Ihre Tochter sammelt für die Abiklasse. Also sie trinken ordentlich was, essen was. Und jetzt brauchen wir diesen hier reinbekommen, also brauchen wir noch ein paar starke Männer. Das wäre schön, wenn einige mit anfangen würden und dann mit dem Gestänge so hochfliegen. Komm, zahlreich bitte, weil sonst lieber das Ding da nicht rein. Das wäre ja toll. Und ich würde alle feststellen, aus Sicherheitsgründen bitte noch mal weiter nach hinten zu gehen. Ich weiß, das ist immer schön, wenn wir da dran stehen. Aber ich will nicht sagen, dass der Tag in den Weg sogar weiter runter. Und das ist immer noch los. Du weißt, du bist ja hier, das Ding ja drauf. Oh, hier hat er noch keinen riesen Weg. Ja, aber du bist ja hier, denn das Ding ja drauf. Hier kann nichts passieren, okay? Ja, du bist ja da draußen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.